so einen schönen mittag zusammen hier im kurzen mittags workshop zum thema führung ich würde noch ein zwei sekunden so ein bisschen einführung machen weil auch für sie und euch zur info das wird hier live gestreamt auf youtube und linkedin nur zur info falls sie ihre kamera ausschalten möchten sie werden zwar nicht live gestreamt aber vielleicht haben sie die bedenken also live gestreamt wird nur mein bild hier nur falls sie ganz sicher gehen wollten gar kein problem sie sind auch alle und ist alle stumm geschaltet im moment bitte nicht wundern wenn es keine störgeräusche gibt und das wäre natürlich dann nach dem kurzen vortrag hier aufheben und dann können wir in austausch gehen und fragen bearbeiten gut das thema soll ja heute sein das muss mal weg hier irgendwas funktioniert das thema ist ja heute führung und bitte entschuldigt den etwas provokativen titel führung durch lautstärke oder durch klar und empathie war halb scherzhaft gemeint weil ich natürlich weiß dass die meisten führungskräfte das in 99 prozent der zeit wunderbar hinkriegen ja und nicht durch lautstärke führen müssen aber ich habe schon auch einige erlebt und natürlich auch in der beratung die von sich aus sagen ich bin so impulsiv und kriegte rückmeldung das kommt nicht gut an und die wollen also was verändern also es gibt natürlich durchaus die anlässe wo wir als führungskräfte wo wir mit menschen zu tun haben die auf uns angewiesen sind und wir natürlich auch auf sie angewiesen sind wo wir in überforderung kommen manchmal laut werden und das thema führung klarheit in der führung und empathie in der führung damit will ich einfach heute ein bisschen inspirationen die ideen geben vor allen dingen wenn sie oder du die frage hast ja wie kann ich dann das ändern was kann ich jetzt da tun wie kann ich mich da weiterentwickeln als führungskraft ganz grundsätzlich glaube ich dass klarheit und empathie sehr eng zusammenhängen würde mal sehr vereinfacht sagen eine innere klarheit entsteht dadurch indem ich mir selbst klar werde was ich wirklich will was ich also brauche auch als führungskraft ganz persönlich und was ich von meinen mitarbeiterinnen und mitarbeiter brauche ja da entsteht eine innere klarheit und wenn sich das auf die mitarbeiter bezieht also wenn ich mitbekomme was brauchen die eigentlich wirklich von mir entsteht natürlich auch sehr viel klarheit und das passiert natürlich durch das was wir meistens in empathie verstehen nämlich andere menschen besser zu verstehen ja also für mich hängen die beiden themen klarheit und empathie durchaus eng zusammen aber es macht auch sinn sie mal getrennt zu betrachten und hier so ein bisschen daran zu arbeiten wo entsteht eigentlich klarheit oder wie ent warum entsteht unklarheit und wo entsteht oder was heißt eigentlich empathie in kommunikation wo entsteht oder wo fast fördert empathie wo fällt es mir schwer empathisch zu sein warum und zu diesen themen möchte ich also so ein bisschen eine info geben wie ich da drauf schaue einfach aus meinem hintergrund her das wissen jetzt hier viele natürlich dabei sind aus dem rosenberg modell und falls du oder sie jetzt schon öfter dabei warst also wirst du wahrscheinlich nicht viel neues erfahren weil wenn man schon ein paar mal das modell gehört hat ist es natürlich eine wiederholung aber der workshop hier ist ja auch für die als anregung gedacht die das modell noch nicht kennen für mich ist grundsätzlich wichtig dass wir verstehen dass auch natürlich in der rolle als führungskraft bin ich zu allererst natürlich mensch und was heißt das für mich das heißt dass ich all das mitbringe was ich in meiner lebensgeschichte erfahren erlebt erlernt habe und das ändert sich natürlich überhaupt nicht wenn ich in eine neue rolle rutsche von führung also das heißt wenn ich jetzt eine rolle bekomme dass ich eine gewisse weisungsbefugnis oder richtungs oder wie mache immer das nennen wollt befugnis bekomme gegenüber anderen menschen und auch eine gewisse neue hierarchie entsteht und dass diese menschen jetzt von mir abhängig sind ja indem ich bestimmte sachen erledige vor gebe richtung gebe wie auch immer und ich natürlich auch abhängig bin von anderen menschen das ist also noch mehr abhängig bin von anderen menschen und das ist eben eine spezielle rolle die führung übernimmt die es auch wahrscheinlich noch lange sehr lange brauchen wird ich bin jetzt nicht so ganz ein freund von an dieses sehr vereinfacht denken ja im grunde alle gleichberechtigt und funktioniert funktioniert eine gruppe das kann funktionieren braucht aber sehr viel klarheit bei jedem einzelnen gruppenmitglied und wenn das nicht immer gegeben ist dann ist führung einfach eine sehr natürliche funktion die immer entsteht in gruppen und das problem ist jetzt häufig für führungskräfte dass ihnen nicht bewusst ist oder sie dabei auch nicht unterstützt werden dass dieser rollenwechsel von einem normalen gruppenmitglied in eine führungsrolle dass dieser rollenwechsel neue themen in ihnen hervorbringen kann neue emotionale erfahrungen auch hervorbringen kann und dass sie häufig dann mit diesen emotionalen erfahrungen überfordert sind keine unterstützung bekommen und das schafft dann häufig wirklich probleme auch in der zusammenarbeit in gruppen und das liegt eben daran dass wir auf einer menschlichen ebene natürlich alle gleich bleiben auch wenn sie führungskraft sind aber wenn du führungskraft bist bist du auf einer menschlichen ebene jetzt nach meinem bild hast du immer nur bedürfnisse die du dir versuchst zu erfüllen aber wenn du eine neue rolle bekommst die eine hierarchische funktion hat dann hast du plötzlich andere möglichkeiten also schon eine weisungsbefugnis jemandem sagen zu können was ich von ihm möchte das klingt erstmal schön und einfach fällt übrigens vielen führungskräften gar nicht so einfach weisungen zu erteilen können wir auch noch mal hinschauen warum aber wenn man jetzt mal gegebenenfalls wenn das jemand leicht fällt dann kann man sagen ja ist doch toll jetzt kann ich andere menschen dazu bringen endlich dazu zu bringen das zu tun was ich möchte und was dabei oft unterschätzt wird das erfüllt natürlich in mir bedürfnisse mein selbstwert mag steigen aber es kann gleichzeitig andere bedürfnisse unter druck bringen in stress bringen zum beispiel wenn ich mir dann überlege okay jetzt habe ich hier menschen gesagt was sie tun sollen was passiert wenn ich jetzt will wollen die das alle wirklich nehmen wir das nehmen mir meine mitarbeiter vielleicht das übel entsteht dann eine eine menschliche differenz ein dass das wohlwollen wie mir gegenüber sinkt und schwupps kommen meine bedürfnisse als führungskraft hoch und ich merke bin ich denn hier noch gewollt akzeptiert und da melden sich eben in meiner welt wie ich das nenne bedürfnisse zum beispiel nach zugehörigkeit und das wird häufig unterschätzt welche rolle eben bedürfnisse gerade auch im führungsalltag spielen und um da ein bisschen eine ein bisschen klare sprache oder auch die idee reinzubringen verwende ich natürlich immer sehr gerne mein entwicklungsebene modell das ich euch auch jetzt mal noch mal kurz zeigen möchte da können wir jetzt nicht in aller tiefe drauf eingehen aber die idee ist eben dass führungskräfte lernen sollten aus meiner sicht dass wir menschen eben als menschen wie es gerade gesagt weil wir bringen unsere ganze geschichte mit und dieses sehr 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 vereinfachte und vielleicht ein bisschen verwirrend ausschauende bild hier soll so ein bisschen die menschliche geschichte eine menschliche biografie zeigen im hinblick auf bestimmte ich nenne es mal weltbilder ja grunderfahrungen wie wir die welt verstehen das beginnt hier ganz links das seht ihr geburt teil der geburt dann kindheit geht also sagen biografisch von links nach rechts und ich möchte jetzt gar nicht detailliert auf jeden punkt eingehen ich möchte euch und ihnen eine idee geben was damit gemeint ist dass auch als führungskraft wir unsere ganze biografie mitbringen sehr vereinfacht in unserer biografie erleben wir eben eine phase die beginnt damit dass ich noch gar keine wahrnehmung von mir als mensch habe als person als ego wie wir das manchmal nennen das ist dann hier diese instinktive farbe die ich gar nicht definieren kann weil falls jemand weiß wie die heißt das würde ich mal als das magenta naja ist ja nicht so wichtig also wir haben eine instinktive bewusstseinsphase die kennen wir häufig nicht so genau obwohl die sehr stark in uns wirkt dass nämlich all das was unbewusst immer mitläuft immer reagiert in dieser instinktiven farbe zum beispiel ist auf bedürfnis eben unser überlebensinstinkt angesetzt den kriegen wir den haben wir ganz selten bewusst außer wenn wir direkt bedroht werden aber der läuft immer mit her der zieht sich immer mit in unserem in unserem agieren eben auch als führungskraft wir sind empfindlich natürlich sehr empfindlich wenn es darum geht bin ich hier wirklich in meiner existenz bedroht ist ja zum glück selten aber kann passieren was euch wahrscheinlich bewusster ist sind die nächsten drei phasen durch die wir alle hindurch laufen und die wir alle mit uns herumtragen nämlich die egozentrische die konformistisch und die rationale phase egozentrisch ist das was der name sagt da geht es in meiner entwicklung nur um mich ganz natürliche entwicklungsphase brauchen wir als menschen überhaupt ein ego ein selbst wert und selbstbewusstsein zu entwickeln danach folgt die konformistische fahrt das heißt da da sind lernen wir die ganzen regeln die es braucht damit wir als menschen in gruppen gut funktionieren können ja also wie das ist angenehm für andere was ist unangenehm und das brauche ich damit die anderen mich mögen weil wenn die anderen mich nicht mögen dann werde ich ausgeschlossen und ausgeschlossen werden das geht ganz schnell an die existenz im extremen fall das heißt konformistische ebene ganz ganz wichtig und ihr merkt schon das hat natürlich sehr viel auch später mit dem ganzen bereich von teamarbeit zu tun wie bin ich in einem team willkommen angekommen wie wie viel erfahrung habe ich damit positive wie negative und dann die rationale phase die wir alle lieben und kennen und schätzen wo man dann mit wenn jetzt jugendliche dadurch laufen wieder vernünftig mit ihnen reden kann denen erklären kann was sinnvoll ist und warum das sinnvoll ist so auch ganz normale entwicklungsphase durch die weil ihn durchlaufen auf diesem entwicklungsmodell kann ich gerne in zukunft noch mal genauer eingehen worum es mir jetzt hier in dieser sehr kurzen einführung nur geht ist das dass wenn du oder wenn sie führungskraft sind dass sie eine idee bekommen wie viele ganz unterschiedliche unbewusste erfahrungs muster vor allem auf emotionaler ebene in ihnen schlummern die sich alle melden können wenn sie als führungskraft tätig sind also es kann sich wie gesagt die instinktive phase melden das habe ich schon gesagt ist zum glück selten das ist also eher diese akute überlebensphase aber die egozentrische ebene also die ebene ihres selbstwerts ist natürlich eine sehr sehr wichtige phase wie die früher diese phasen entstehen desto grundlegender und auch wichtiger sind die für unsere unser inneres erleben und wohlbefinden das heißt ganz viele ganz viele schwierigkeiten im führungsalltag entstehen wenn führungskräfte sich nicht bewusst haben dass sie in allem was sie tun fast allem wahrscheinlich auch ihren selbstwert im blick haben im sinne von bin ich eine eine gute führungskraft auf die rolle bezogen aber das geht noch tiefer bin ich ein ein guter ein ein bin ich ein mensch der ich sein will erfüllt das meinen selbstwert gerade und sie merken dann ganz schnell wenn das der sozusagen dieser dieser dieses bedürfnis sich unangenehm meldet wenn sie ihre mitarbeiter sachen nicht erfüllen so wie sie das möchten als führungskraft irgendwie aufgaben werden nicht erfüllt deadlines werden gerissen und dann kriegen sie rückmalen das projekt ist jetzt im verzug und das habe ich schon in vielen coachings erlebt dann kommt der führungskraft hat mich so was von aufgeregt ja diese mitarbeiterin das schon das dritte mal dass die hier das projekt reißt oder zum ersten mal auch ist völlig egal so da kommt eine richtige energie hoch ja eine massive wut und frustration und wenn die schulskräfte dann nicht gelernt haben dass ihre gefühle nur mit ihnen selber zu tun haben eben genau mit diesen entwicklungsebenen ja dann sagen die art die 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 muss ich auswechseln ja die stört die die ist nicht gut genug was eigentlich auf einer emotionalen ebene passiert ist sehr viel interessanter wenn man nämlich mal mit der führungskraft eine ruhe reden versucht mit ihr zu klären wo ihre gedanken und gefühle herkommen dann landet man jetzt mal sehr konstruiert aber habe ich oft genug gelebt bei einem fall dass die führungskraft sagt ja okay jetzt hat die das projekt gerissen auf wem bleibt denn das hängen ja wer wird denn dafür zur verantwortung gezogen ja nicht die mitarbeiterin sondern ich als führungskraft so und dann merken ja dann frage ich noch nach ja okay und was heißt es wie bewerten sie sich denn als führungskraft dann habe ich hier versagt so also mit die führungskraft hat nicht bewusst dass ihre eigene emotionale reaktion im grunde daher kommt dass sie angst hat um ihren eigenen selbstwert so und wenn das nicht bewusst wird dann passiert das was in 90 prozent der fällen passiert wenn menschen fangen an zu projizieren sie projizieren ihre innere welt ihre innere aktion auf die mitarbeiter also nicht ich als führungskraft schaffe es nicht meinen selbstwert zu behalten obwohl ein projekt vielleicht nicht so läuft wie das möchte sondern die die mitarbeiterin die ist natürlich hier die die hat versagt so und dann entsteht natürlich auf allen ebenen unklarheit und natürlich auch eine ein mangel an empathie weil sowohl in mir unklarheit entsteht an führungskraft weil ich werde anfangen zu kommunizieren du bist schuld jetzt müssen wir mal hier mitarbeitergespräche machen damit will ich nicht sagen dass wir nicht klarheit reinbringen wollen zum beispiel so geht um deadlines und die wichtigkeit von einhaltung von projektrichtlinien und so weiter und so fort müssen wir klar reinbringen nur in dieser klarheit haben die emotionen nichts zu suchen das ist der wichtige punkt emotionen also heftige emotionen stören in 99 prozent der kommunikation eine vernünftige klärung durch emotionen kommen eben nur dann klarheit rein wenn wirklich klar ist wo die emotionen herkommen und wenn mir als führungskraft bewusst ist diese heftigen emotionen die werden zwar ausgelöst durch die mitarbeiterin die jetzt hier das projekt vergeigt hat sage ich jetzt mal feinfahrt ausgelöst werden sie dadurch aber die ursache liegt in mir als führungskraft als mensch dass ich es nicht schaffe meinen selbstwert davon genügend unabhängig zu machen um das nicht persönlich zu nehmen das nicht das was passiert ich nehme natürlich dieses versagen dann persönlich also ich nehme es persönlich gegen mich dann trifft das meinen selbstwert und das ist diesen selbstwert so trifft hat eben nichts aber auch gar nichts 0,0 mit dieser mitarbeiterin oder dem projekt zu tun weil das können sie sich sehr einfach überlegen warum nicht sie können sich eine andere führungskraft vorstellen die vielleicht mehr erfahrung hat und eine andere biografie die den gleichen auslöser hat im projekt wird gerissen und die dann schon vielleicht auch kurz sagt ja das ist jetzt ärgerlich macht mir arbeit aber jetzt gucken wir mal jetzt reden wir mal und schauen was ist denn passiert warum ist das projekt gerissen war war es mein fehler habe ich was versäumt als führungskraft vielleicht ist was nicht deutlich rübergekommen war es ein fehler der mitarbeiterinnen oder des mitarbeiters weil die keine ahnung vielleicht überlastet war nicht genug ausgebildet war vielleicht irgendwelche anderen gründe hatte warum sie die datler nicht einhalten konnte und 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 das heißt dann wenn ich die emotionen raushalten kann dann kann ich ein wie wir es nennen erwachsenes rationalentwicklungsebene sie erinnern sich ein erwachsenes gespräch führen und schauen wo das problem wirklich liegt und an was man jetzt arbeiten muss um das zu verbessern in zukunft und dieses thema dass eben diese entwicklungsebenen in ganz ganz vielen und ich behaupte wirklich in der mehrzahl der führungsprobleme dass darüber kein bewusstsein besteht dass aus diesem mangelnden bewusstsein in die gespräche zu viele emotionen reinkommen das ist das hauptproblem für mangelnde innere klarheit von führungskräften so das ist also der blick ins innere der führungskraft so wenn man das mal als führungskraft jetzt mal verstanden hat erstmal dafür muss erstmal sinn machen das müssen wir überlegen wenn man es verstanden hat und dann damit arbeitet um sich da besser zu verstehen in meinen worten man gibt sich selbst empathie man kann es auch selbstreflexion nennen man man versteht die eigene emotionale reaktion tiefer dann entsteht dadurch auch empathie im außen das einfach eine erfahrung die ich euch jetzt mal hier so mitteile und die ihr mir quasi glauben müsst oder ich könnte es ausprobieren aber das ist meine grundsätzliche erfahrung wenn erwachsene egal ob führungskräfte oder nicht es schaffen sich besser zu verstehen und damit meine ich immer die emotionalen reaktionen wirklich zu verstehen entsteht wie automatisch auch mehr verständnis für andere menschen und natürlich gibt es themen wo uns das schwerfällt und das wäre jetzt der nächste punkt wo ich sozusagen als anregung mit geben möchte für führungskräfte hinzuschauen wo entsteht diese schwierigkeit also damit meine ich bei welchen themen fällt es ihnen oder dir als führungskraft schwer jetzt offen und erwachsen mit mitarbeitern zu reden bei welchen themen bei welchen auslösern das erstmal zu identifizieren ist wirklich wichtig weil ihr dann wieder hingucken könnt okay warum fällt es mir da so schwer jetzt mal wohlwollen oder zumindest empathie für meine mitarbeiterinnen zu entwickeln und dann landet ihr natürlich das habt ihr wahrscheinlich schon gedacht wieder bei euch selber denn die tatsache dass es euch schwerfällt zum beispiel mit jemand mitgefühl zu entwickeln jetzt vielleicht ein bisschen so eine sehr entspannte arbeitshaltung sag ich mal hat ja also der das thema work life balance sehr hoch hängt und sagt ich habe hier keine an und meine arbeit fertig habe ja nur meinen vertrag bis 17 Uhr lasse ich halt um 17 über den bleistift fallen und gehe nach hause und bin damit völlig entspannt und okay und ihr als führungskraft ihr habt so diese arbeit und wichtigkeit und könnt es nicht gut verstehen merkt dass da euer wohlwollen zurückgeht wenn so eine mitarbeiterin mitarbeiter oder mitarbeiterin da den eigenen das sag ich mal das eigene well being über das wohlergehen der firma oder aus teams stellt und wenn das kommt ja vor und dann merken oder steigt der frust und dann steigen die bewertungen und dann kommen diese bewertungen oder aber die ist aber nicht teamfähig oder die ist nicht engagiert oder oder ja so an diesen bemerkt bewertungen merken wir dann dass uns die empathie weggeht für unsere mitarbeiter und das natürlich das ist nicht gut das ist kann auch kommt zur konflikteskalation massiv beitragen das heißt das ist wieder ein punkt den man den man anschauen kann um erst mal sich selber wieder besser zu verstehen das ist immer der ausgangspunkt warum habe ich so eine abneigung gegenüber diesem jetzt nenn ich mal lässe fair arbeitshaltung da mal wirklich sich fünf minuten zehn minuten hinsetzen und mal versuchen herauszufinden wo kommt die her und ganz häufig merkt man natürlich das hat natürlich mit der eigenen erziehung zu tun eine eigene sozialisation vielleicht eltern die diese arbeitshaltung absolut abgewertet haben und wenn ich das klarer bekomme dann merke ich schon okay meine abwertung hat damit zu tun dass ich natürlich in meiner geschichte diese abwertung übernehmen musste und dann fällt vielen führungskräften auch auf dass sie so eine innere stimme haben dann die eigentlich das gar nicht so dumm wenn ich ein bisschen mehr auf mich achte und ich habe trotzdem diese starke bewertung das heißt auch da führt die selbstreflexion dazu dass ich meine eigenen inneren impulse besser verstehe bewusster bekomme und das ist ein wichtiger schritt um dann auch empathie für mein gegenüber zu entwickeln da können die motive natürlich andere sein da ist sicher auch eine andere geschichte dahinter aber die erfahrung zeigt eben wenn ich zu starke innere bewertungen habe gegenüber ein thema ein verhalten von mitarbeiter dann muss ich erst mal diese abwehr diese innerliche abwehr die die muss sozusagen runtergehen ja die muss ich runterfahren und das passiert wieder indem ich mir bewusster werde wo meine eigenen bewertungen herkommen was es wirklich mit mir zu tun hat und dieses wirklich mit mir zu tun haben das ist eben häufig wieder um zu verstehen in welcher zeit ist denn diese abwertung zum beispiel entstanden ja und gerade das thema leistung es richtig machen es besonders gut machen es für andere gut machen wenn man da ein bisschen ohr hat dann merkt man schon erst für andere gut machen das ist natürlich welche ebene ja das ist sehr stark diese diese gruppenebene ja ich muss meins zurückstellen damit andere zufrieden sind das heißt diese konformistische ebene wo wir eben lernen müssen auch in positiver hinsicht uns zurückzunehmen für andere das ist ja ein ist eine enorm wichtige soziale eigenschaft die wir die wir lernen müssen nur man kann eben alles übertreiben und wenn eben in meiner geschichte als führungskraft das eben übertrieben wurde das eben gesagt wurde du musst dich für andere immer zurückstellen dieses immer zurückstellen ist das problem nicht das grundsätzliche ich muss mich auch manchmal zurückstellen und das ist gut und wichtig und manchmal mache ich lieber manchmal nicht so gern aber wenn ich nie gelernt habe dass ich für mich für mich einstehen kann relativ egozentrisch weil ich merke jetzt brauche ich das jetzt tut es mir nicht mehr gut wenn ich auf die anderen rücksicht nehme wenn ich also eine zu starke konformistische innere ausrichtung habe dann dann kann ich das eben bei mir nicht akzeptieren wenn ich es will und deswegen logischerweise bei anderen auch nicht akzeptieren wenn die das wollen das heißt da werde ich dann unempathisch in der kommunikation mit meinen mit meinen mitarbeiterinnen so das muster ist also immer das gleiche innere unklarheit entsteht durch unbewusstheit über gefühlsprozesse dann kommuniziere ich unklar ich kann nicht klar sagen was ich brauche was ich möchte das hat dann ganz viele auch seiten ist in der in der führungsarbeit das ist jetzt sehr speziell das heißt ich kann jetzt hier nicht so auf die ganzen details angehen aber es zeigt sich zum beispiel manche führungskräfte können ganz schwer delegieren ja sie können schwer sagen das tust du jetzt das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd weil manche denken ja führungskräfte können das immer viele können das aber wahrlich nicht allen fällt das leicht wirklich anweise also dieses chef sein wie sie oft ich habe so viele führungskräfte in beratungen gehabt die sagen eigentlich gefällt mir das chef sein nicht dann frage ich ja warum nicht ja weil das unangenehm ist anderen zu sagen was sie tun sollen so dann höre ich natürlich mein bedürfnis ohren denken ja okay warum ist das unangenehm entweder weil sie dann angst haben nicht mehr gewocht zu werden oder weil das ihrem inneren selbstbild ja ihrem selbstwert sozusagen nicht entspricht sich jetzt mal in ihrer in ihrer welt sich über andere zu erheben und da entsteht dann unklarheit das heißt als führungskraft muss ich manchmal sagen was getan wird und wenn ich ein inneres widerstreben habe dann mache ich das unbewusst auf eine emotionale art die zum beispiel sehr viel freiraum lässt den anderen das zu verstehen was sie wollen das heißt ich werde unklar ich sage nicht das und das soll gemacht werden bis zu der deadline also ich mache meine kriterien nicht klar sondern ich sage ja es wäre schön wenn ihr alle mal in zukunft eventuell daran denken könntet so das ist völlig unklare kommunikation und natürlich suchen sich menschen dann das raus was ihnen gefällt und wenn dann das nicht das ist was das projekt eigentlich braucht dann werde ich nachher vielleicht wieder sauer auf die mitarbeiter weil ich selber unklar das heißt diese eigenen inneren gefühlsmuster nicht wirklich zu verstehen schafft innere unklarheit damit äußere unklarheit und eben genauso andersrum in der empathie in der fähigkeit meine mitarbeiterinnen mitarbeiter zu verstehen das hat eben auch seine ursache in eigenen unbewussten sag ich mal entwicklungsthemen ja mit entwicklungsthemen meine ich eben diese diese themen die in eurer biografie aufgrund eurer entwicklungsphasen sozusagen nicht ganz gesund sich entwickelt haben das haben wir alle das ganz normal das problem ist nicht dass wir sie haben das problem ist dass wir sie nicht bewusst haben und deswegen so meine grundaussage ist immer führungskräfte können eigentlich nur soweit gut führen wie sie eben selbst gesund gewachsen sind ja man kann es noch mal vereinfachen was heißt vereinfachen oder ein bisschen plakativer machen bitte jetzt nicht so als 1 0 aussage oder so das ist hier immer nur eine richtung eine idee und nie eine das so geht es und so geht es nicht anders aussage nicht verwirren lassen dass sie das vielleicht ein bisschen überfordernd aus die idee ist einfach diese linke pyramide das kennt ihr das ist die das ist in die entwicklungsebene einer sind in der führungskraft ja die eben durch all diese phasen gelaufen ist und man kann sehr vereinfacht sagen dass auch teams und organisationen gewisse entwicklungsebenen haben damit ist gemeint dass es eben teams gibt die er zum beispiel konformistisch ticken also die eine werte eben haben die sehr stark regeln beachten müssen die als selbstdefinition starkes regelkorsett haben dann gibt es rationale teams erzählen hauptsächlich fakten und zahlen die pluralistische teams erzählt dann mehr wieder das miteinander wie fühlen wir uns als team also auch darüber wenn das mal gewünscht ist kann ich gerne mal mehr input machen ich wollte hier nur mal die idee reinbringen und die die grundidee in dieser folie ist eben dass eine führungskraft sozusagen am besten führt jetzt mal in anführungszeichen von oben nach unten das heißt sie sollte zumindest so weite entwicklungsebene durchlaufen haben wie die mehr die durchschnitt ihres teams das heißt eine pluralistisch oder integral tickende führungskraft kann mit teams vernünftig arbeiten die eben integral pluralistisch rational konformistisch oder auch egozentrisch ticken was nicht heißt dass das einfach ist ich sag nicht mal dass es einfach ist aber diese führungskraft hat gelernt damit umzugehen andersrum kann aber eine führungskraft die eine sehr stark sind immer mal konformistischen ebene tickt die also aus dieser biografie und sozialisation kommt es geht hauptsächlich darum regeln einzuhalten normen einzuhalten sehr starke innere auch auch wertekonstrukt hat die sich an bestimmten gruppen normen in der kindheit orientiert hat ja so eine führungskraft die also konformistisch tickt wenn die jetzt ein pluralistisches team leiten soll dann wird es halt richtig richtig schwierig warum weil dieses pluralistische team eine haupt aussage vom pluralismus ist es alles ist relativ everything goes hier geht es hauptsächlich darum wie geht es uns wie können wir es für uns gut machen ja also geht es sehr stark um das menschliche und wenn die jetzt ihre konformistische führungskraft hört und sagt hauptsächlich geht es hier darum normen und werte einzuhalten und regeln dann könnt ihr euch vorstellen dass es ganz schnell zu heftigen diskussionen führt beziehungsweise es wird wahrscheinlich nicht unbedingt zu diskussionen kommen sondern es entsteht einfach ein 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 clash zwischen dem wertekonstrukt der werteebene der führungskraft überwiegend unbewusst logischerweise und der genauso unbewussten werteebene des teams und dann entstehen eben wahnsinnig viele konflikte die dann auf sachebene ausgetragen werden also da wird eben dann diskutiert über das wird team meeting zu bestimmten projekten und da werden themen besprochen und dem pluralistischen team jetzt mal sehr sehr vereinfacht gesagt ja dann geht es halt vor allem darum dass jeder gehört wird dass es jedem gut geht mit der entscheidung also dieses typisch pluralistische denken und die konformistische führungskraft sagt aber naja wir müssen erstmal gucken ist das hier richtig gelaufen nach den regeln von der firma oder anderen normen so das interessiert das pluralistische team nicht das heißt da geht dauernd sehr viel energie in diese unbewussten kämpfe über was reden wir jetzt hier was ist hier wirklich wichtig und das ist aus meiner erfahrung wirklich ein riesen ich will euch mal wieder sehen hier oder oder ich mich oder so das ist ein riesen problem in der in der führungsarbeit wenn in organisationen oder in führungskonzepten nicht klar ist dass wir menschen eben sehr stark unbewusst aus diesen entwicklungsebenen aus den gefühlen aus den emotionen und den emotionalen reaktionsmustern handeln das führt eben zu konflikten und schwierigkeiten die dann auf der falschen ebene bearbeitet werden was nämlich dann meistens gemacht wird ist nicht zu gucken darüber zu reden was passiert hier wirklich also welche unbewussten muster zeigen sich ja das kann man sagen das kann hingucken was ist eigentlich unbewusst im pluralistischen teams was sind deren unbewussten grundannahmen die mit dem konformismus sondern clashen wo der konflikt entsteht sondern was gemacht wird ist man versucht dann eben die sachebene besser zu moderieren ja und zwar auch die gefühle rauszuhalten aber in dem moment ist es eben ein problem weil die gefühle die ja unbewusst da sind nicht geklärt sind die lassen sich nicht raushalten und die werden immer massiver und ist immer massiver werden ist genau der grund warum dann konflikte eskalieren ja weil wenn ich mich auf einer emotionalen ebene überhaupt nicht abgeholt sehe als teammitglied oder auch als führungskraft werde ich mehr dafür kämpfen dass genau das passiert und dieses mehr dafür kämpfen gegen die anderen führt eben zur konflikteskalation so und das ist eben das größte problem behaupte ich jetzt mal in führungs viel führungskonzepten und auch führungsentwicklung ist dass wir diese unbewussten emotionalen muster nicht anerkennen und nicht wissen wie wir damit umgehen wollen so wenn man sie anerkennen kann dann ist es nicht mehr so schwierig zu lernen wie man damit umgehen kann denn der der wichtigste faktor und es klingt vielleicht ein bisschen eso mäßig aber das ist einfach das was in der arbeit sich immer wieder zeigt der wichtigste faktor ist dass die entwicklung des wachstums die veränderung durch bewusstheit passiert ja es ist hat jetzt auch schon mal so ein bisschen mitgeklungen was ich gesagt habe viel darüber geredet die führungskräfte müssen bewusster werden welche emotionalen muster melden sich in ihnen und wo kommen die eigentlich her das gleiche gilt natürlich für teams als teams hat man unbewusste muster und die die idee ist und das wird auch ein stück weit zumindest durch forschung unterstützt deswegen mache ich dann hier so eine tolle grafik hoffe das ist beeindruckend genug ich bin ja eher praktiker ich sag meine erfahrung zeigt das aber ich war halt froh auch mal eine forschung zu sehen die sagt er ist nicht nur erfahrungswissen sondern lässt kann es auch ein stück weit durch andere studien belegen ist eben das wachstum durch bewusstheit passiert und der forscher der das hier gezeigt das erkläre ich gerne immer wieder weil ich das einen tollen forscher finde professor kegan der eben gezeigt hat wie passiert überhaupt menschliche entwicklung diese entwicklungsebene die ich euch gezeigt habe diese verschiedenen farben das sind eben keine nur gedachten konzeptes sind real nachweisbare phänomene die sich eben zeigen dass wir sehr unterschiedlich reagieren ja also auf einer egozentrischen ebene reagiere ich eben nur in einer welt wo ich im grunde nur mich kenne und das ist gar nicht bösartig gemeint ist einfach eine normale entwicklung und auf einer konformistischen zählt eben erstmal zu sagen bin ich zugehörigkeit bin ich zugehörigkeit was wollen die anderen das ist ganz normale entwicklung und kegan hat eben gezeigt dass wachstum immer bedeutet dass wir bewusster werden über die entwicklungsebenen die wir durchlaufen haben und das zeigt er eben an der an dem schritt hier von dem schritt von der konformistischen zur rationalen ebene erinnert euch das ist so der dritte große glaube der dritte große entwicklungsschritt den wir durchlaufen sehr vereinfacht das sind keine treppen ja das sind mehr so wie ihr könnt euch das mehr wie ineinander fließende wellen vor große überlappungen gibt es auch keine harten stufen aber zur vereinfachung muss man es eben auch einfach darstellen das heißt der schritt von einer konformistischen welt eine rationale welt durchlaufen wahl in der pubertät und wirklich wahrnehmen dass wir mal konformistisch waren das könnt ihr heute weil ihr habt diese phase durchlaufen ihr könnt euch heute überlegen wie habe ich denn als jugendlicher getippt wo ich mich so sehr orientiert habe an dem an dem was machen die anderen was hören die anderen was haben die für eine mode wie 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 kleiden die sich was sagt man was ist cool da kann ich heute bewusst darüber nachdenken das kann ich nicht wenn ich in dieser phase bin er könnt keinem jugendlichen der in dieser konformistischen phase gerade aufgeht irgendwie versuchen bewusst zu machen dass er eben gerade sehr in der konformistischen phase könnte es versuchen und der wird es aber nicht wirklich nachvollziehen können das ist eben die ganze welt die er kennt aber erst wenn wir den schritt gemacht haben zur nächsten ebene zur rationalen ebene dann können wir eben sehen früher war ich da anders früher habe ich da mich an anderen orientiert heute orientiere ich mich an meinen eigenen werten an meinen eigenen empirischen untersuchungen eben wie sozusagen die rationalität jetzt das thema betrachtet und das ist eben der entwicklungsschritt und dieser entwicklungsschritt das beschreibt eben king sehr schön bedeutet im grunde sehr vereinfacht dass wir die früheren ebenen bewusster anschauen und suchen können und es gilt natürlich für jede weitere ebene genauso und für mich war es eben dann sehr spannend im umkehrschluss zu sehen aha wenn bewusstheit das ist was passiert im entwicklungsprozess dann kann ich oder war die vermutung oder das war dann meine erfahrung zu gucken was mache ich eigentlich meine arbeit ich mache nichts anderes als so halb und unbewusste innere geschichten ideen erfahrungen bewusster zu machen und das hat in vielen fällen entwicklung befördert und deswegen war für mich dann der link sehr stark und sehr hilfreich zu sehen ah wenn das sozusagen sowieso der natürliche entwicklungsweg ist dass wir bewusster werden über unsere innere welt dann ist all das was dieses bewusstheit bewusstsein fördert kann eben zu mehr klarheit zu mehr entwicklung von empathie führen eben zu einer verbesserung der führungskompetenz und das ist eben auch genau das was sozusagen die die das die idee des rosenberg modells ja die sogenannte gewaltfreie kommunikation macht das nur als als idee das ist ein modell was durch ein sehr einfaches sehr einfach unterscheidungen versuchen klarheit in unser denken und unser fühlen zu bringen und genau diese wachsende differenzierung im denken und fühlen führt eben zu mehr bewusstheit auf das rosenberg modell will ich jetzt hier nicht vertieft eingehen weil das könnt ihr ganz einfach in eurem film ist damit es nicht mir zuhören ich teile euch hier unten den link mal zu einem kostenlosen einführung dies bei mir auf der homepage gibt wo er das einfach selber durcharbeiten könnt wenn ihr möchtet nur ein sozusagen einer der wichtigsten punkte im rosenberg modell nicht wundern hier mit dem jungen mann also er doch da ist er noch relativ jung das ist marsl rosenberg hier mit seinen berühmten puppen die er in seiner arbeit immer verwendet hat und einer der wichtigsten bewusstseins faktoren die eben rosenberg sehr sehr stark gemacht in der arbeit ist diese emotionalen themen bewusster zu greifen und da mehr bewusstsein reinzubringen und der der einer der wichtigsten schritte war für ihn eben dieses merkwürdige dubiose gefühle was ist das ja die entstehen auf eine art die wir nicht verstehen nicht nachvollziehen können die die sind flüchtig die wechseln sich dauernd manche gefühle haben wir alle halbe stunde anders ein gewisses grundgefühl ist wieso immer da und da hat eben marschel in seiner arbeit finde ich in sehr genialer weise die klarheit reingebracht indem er gesagt hat gefühle sind kinder unsere bedürfnisse und bedürfnissen meint er eben all das was wir menschen als menschen wirklich zum leben brauchen und da kriegen wir dann auch wieder den rückschluss zum thema führung wenn sie als führungskraft wenn du als führungskraft starke gefühle hast in deiner in irgendwas was gerade mit den mitarbeitern passiert in deiner führungsarbeit dann kannst du sehr sicher sein dass sich gerade eine menge unbewusster bedürfnisse erfüllen ja oder sich melden sagen wir mal und nicht erfüllen ihre not melden und auf der anderen seite kannst du genauso haben das thema bedürfnisse weil ich sag mal anders ich finde es enorm wichtig als führungskraft sehr sich sehr bewusst mit eigenen bedürfnissen zu beschäftigen denn wie ich schon am anfang gesagt habe auch als führungskraft bleiben wir menschen ja wir wir unsere grundbedürfnisse ändern sich überhaupt nicht ja grundidee im rosenberg modell ist es alle menschen haben die gleichen bedürfnisse also ich als führungskraft meine mitarbeiter alle die gleichen durch meine rolle ändern sich natürlich so ein bisschen die mittel und die möglichkeiten diese bedürfnisse zu erfüllen aber grundsätzlich bleiben sie die gleichen und die die eine große schwierigkeit ich immer wieder sehe ist dass führungskräfte völlig unterschätzen was für einen anstrengenden einsamen job sie oft haben als führungskraft und wenn man da nicht bewusst wird dass ich diese rolle übernehme und auch meinen wert daraus ziehen kann und der preis aber häufig ist dass meine zugehörigkeit zum team die vielleicht vorher als normaler mitarbeiter mitarbeiterin die war immer gesichert weil da bin ich einfach ein teil des teams ich bin nicht anders ich bin nicht mehr ich habe nicht mehr aufgaben oder 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 möglichkeiten wenn ich jetzt der führungskraft werde werde ich durch die rolle so ein stück wird aus dem team raus gehoben ja ich kriege ja auch mehr macht sehr häufig und das führt dazu dass ich in mir eine fragende stimme bekomme und die ist eben häufig unbewusst mögen mich die anderen noch bin ich noch teil des teams das ist mal das eine und zum anderen passiert natürlich eine projektion der mitarbeiter die eben auch sagt hey du bist nicht mehr unser normales team mitglied auch das passiert unbewusst und zeigt sich eben dann in in gesprächen in verminderten offenheit dann wird vielleicht nicht mehr so offen beim café mit mir als führungskraft gesprochen wie vorher und 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 das sind alles sehr subtile prozesse die in gruppen passieren und die für viele führungskräfte denen das nicht bewusst ist zu massiven stress führen je sensibler man da ist umso mehr also je mehr ich sozusagen die eben auch entwickelt habe ich möchte ja auch teil der gruppe sein und ich möchte nicht gegen jemand arbeiten also je stärker dieser diese diese ebene in mir ist desto mehr leide ich natürlich drunter wenn ich wahrnehme oh jetzt habe ich was getan was meinen mitarbeiter nicht gefällt und es wird sehr unterschätzt wie viel emotionale kraft das kostet wenn man das nicht bewusst bekommt und dagegen steuert also das als eine idee wie sich bedürfnisse massiv melden können als führungskraft oder andersrum gesagt dass es sehr viel sinn macht deine bedürfnisse als führungskraft kennenzulernen ernst zu nehmen das führt automatisch zu mehr klarheit in der kommunikation da muss man sich jetzt auch keine rhetorischen tricks oder das anlernen das ist automatisch und es führt automatisch zu mehr offenheit und empathie gegenüber deinen oder ihren mitarbeiterinnen und mitarbeitern hat also in jeder hinsicht finde ich positive effekte gut das war es als kurzer 40 minuten ich habe ein bisschen überzogen ich hoffe es war okay kurzer input zum thema klarheit und empathie für führung wer online dabei ist hier am live stream und jetzt endlich in die mittagspause will oder zurück geht sage ich vielen dank für das dabei sein und wer jetzt hier im live arbeitskreis sag ich mal noch fragen hat gerne ich bin noch gerne ein bisschen da dann muss ich nur mal die stummschaltungsmöglichkeit hier wieder aufheben also jetzt genau jetzt habe ich das hier geschafft da muss man hier richtig klicks finden also wer möchte kann jetzt gern auch hier gerne fragen austausch jetzt kann ich dann auch den chat mal lesen das geht bisher so parallel nicht da ist noch hier noch nicht so viel los da kam rückmeldung ach vielen dank von rb wer immer rb ist auf youtube vielen dank so also gerne wer möchte vielleicht wird auch einige leute hier sind die hand heben wer fragen hat gerne oder wie gesagt in den chat schreiben das geht natürlich auch gibt es fragen Norbert sehe ich mit handheben genau Norbert hat das sehr wörtlich genommen handheben am einfachsten unten mit diesem knopf bei reaktionen wenn ihr in zoom seid weil sonst ihr bei mir hier nicht auf aber Norbert sagt gerne dich habe ich jetzt gesehen ok hallo Markus wie ist denn das eigentlich wenn man dann auf als führungskraft unterwegs ist und dann eine andere führungskraft über sich drüber hat und dann erkennt dass derjenige sage ich jetzt einmal unter einem ist in anführungszeichen ja dass der konfirmismus konfirmistische verstehe ich ja wie kriegt man kriegt man das bewusstsein da oben geweckt ja den begriff finde ich gut den du verwendest ähm wie kriegt man das wie kriegt man das wie kriegt man das bewusstsein geweckt also was gefährlich ist jetzt meine ich wirklich gefährlich in vieler Hinsicht ist wenn du versuchst diese führungskraft zu ändern oder da irgendwie gegen anarbeitest weil da wirst du natürlich aus der rolle heraus meistens auf granit stoßen ja ähm und als mitarbeiter oder unterstehende führungskraft verlierst du aufgrund einfach der bestehenden hierarchie quasi immer ja das darfst du dann auch nicht persönlich nehmen weil das weißt du im Grunde vorher ja du wenn du deine führungskraft auf einer fundamentalen Ebene ablehnst äh das funktioniert einfach nicht so also da sehe ich zwei lösungswege das eine ist den du genannt hast das bewusstsein anregen das andere ist selber zu lernen zu akzeptieren dass die sache so ist wie sie ist und sich seine bedürfnisse versuchen anderswo zu erfüllen meine ich jetzt nicht kündigen sondern einfach zu gucken was leidet wirklich also was wo leide ich jetzt nehme ich es mal vereinfacht unter einer kompromistischen führungskraft die bedürfnisse klar kriegen die da leiden die haben eben im Grunde auch nichts mit der führungskraft zu tun sondern auch mit der eigenen Geschichte ähm wenn ich damit mich ein bisschen entspanne dann kann ich das wieder wegnehmen von der führungskraft und kann sagen naja die ist wie sie ist die pocht halt auf regeln ich also ich wäre ja der letzte der da arbeiten könnte also ich Markus meine ich jetzt weil ich mit diesem Regelgedöns zu lange gelitten habe und ein echtes Autonomietrauma habe da würde ich durchdrehen aber das ist mein Ding ja da muss ich Verantwortung übernehmen muss sagen nee ich könnte da nicht arbeiten wenn man da aber arbeiten will oder muss dann muss man eben lernen selber damit umzugehen so und die andere Frage ist natürlich wie du gesagt hast wie kann ich jemanden anregen sozusagen seine eigene Entwicklung anzuschauen das funktioniert nur behaupte ich jetzt mal wenn du diese Vorarbeit selber gemacht hast dass du da in Akzeptanz bist mit dem mit dem wie diese führungskraft ist also wenn du keinen bis möglichst wenig Gedanken hast in der Richtung als rede ich mal mit der um die zu ändern weil das funktioniert einfach nicht weil da kommt subtil diese Ablehnung rein wenn du es schaffst diese Akzeptanz aufzubauen und ihr jetzt sage ich mal in einem guten Gespräch vielleicht eine Idee geben möchtest warum manche Probleme entstehen im Team die entstehen weil da bist du wahrscheinlich nicht der einzige der dann da Schwierigkeiten hat oder auch wahrnimmst hey die Führungskraft hat selber hat es nicht ganz einfach weil sie das auch mitkriegt also wenn du Empathie aufbringen kannst dann würde ich mal behaupten dann entsteht durch ein gutes empathisches Gespräch kann ist eine Chance dass da mehr Bewusstsein entsteht im Gegenüber wo die eigentlichen Probleme sozusagen liegen das heißt da kannst du sie sag ich mal indirekt und eben nicht irgendwo korrigierend Ideen reinbringen sagen hey hast du schon mal überlegt dass du vielleicht so reagierst weil ja klingt du hast da eben die und die Erfahrung gemacht mit Werte sind wichtig und 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 jetzt passiert bei uns folgendes ja also eine sehr neutrale unemotionale Betrachtung der Situation kann eben dann jemand der zum Beispiel sehr konformistisch tickt anregen und zu überlegen okay was hat das mit mir zu tun aber das funktioniert natürlich tatsächlich nur wenn die Person sich nicht angegriffen sieht und das ist natürlich die Herausforderung gerade wenn es weil du hast ja eine Rolle und du kämpfst vielleicht auch für was und da ist schon Stress also das ist nicht einfach aber ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit glaube ich wie man da eine vielleicht eine andere Richtung reinbringen kann ja danke Norbert kannst du es so stehen oder hast du eine Nachfrage nö nö kann ich es so stehen lassen ich wollte es bloß thematisieren eigentlich für die anderen weil ich durch so einen Prozess jetzt erst einmal durch bin ich wollte gerade sagen du kennst es ja wahrscheinlich das war jetzt die Qualitätssicherung meiner Arbeit wir haben wir Norbert ist schon eine Weile hier dabei hat auch schon viel durchgemacht mit mir okay jetzt habe ich hier noch Hände gesehen ich die sind aber jetzt wieder weg kann das sein vielleicht wer sich eine Hand gehoben hat ich sehe das leider hier komisch Moment jetzt sehe ich es hier was ist hier Uta sehe ich Uta hat eine Hand gehoben Uta magst du dich laut schalten gerne Markus vielen Dank für den Vortrag meine Frage geht auf deine Grafik die du gezeigt hast wenn er zum Beispiel die Führungskraft sich schon im grünen gelben Bereich bewegt das Team aber einen anderen Durchschnitt hat und ich kann mir einfach vorstellen dass das dauerhaft einfach schwierig ist weil man dann entweder halt selber als gelb als gelb grüner Mensch zurückgehen muss als Führungskraft um das Team bedienen zu können andererseits sich vielleicht verausgabt um das Team halt auf eine andere Ebene zu heben hast du da eine Meinung zu? also grundsätzlich ist es ja so diese Ebenen diese späteren Ebenen zeichnen sich ja jetzt mal prinzipiell aus dass ich mehr Fähigkeit habe andere Perspektiven zu verstehen damit umzugehen das trifft vor allen Dingen auf diese sogenannte integrale Ebene zu die aus meiner Sicht eben auch die Ebene ist wo jetzt Führungskräfte zumindest gedanklich sich bewegen sollten weil nur die integrale Ebene in der Lage ist wirklich überhaupt mal dieses Entwicklungsthema zu verstehen oder als interessant zu finden und sich damit zu beschäftigen und das führt automatisch dazu dass ich eben schon mal mehr Verständnis entwickle das heißt wenn du jetzt sagst eine Führungskraft die denkt sie ist höher und hat Schwierigkeiten mit ihrem Team da müsste man jetzt mal genauer hingucken weil es kann sein dass sie vielleicht auf einer pluralistischen Ebene ist und große Schwierigkeiten hat zum Beispiel mit dem konformistischen Team würde ich jetzt mal behaupten dann braucht es auf beiden Seiten eine Entwicklung das ist also auch meine Erfahrung weil sowohl die Führungskraft die sehr pluralistisch tickt also Pluralismus zeichnet sich dadurch aus dass er sehr viele innere Widersprüche auch hat da kann ich jetzt schwer darauf eingehen ist im Online-Kurs nicht genau erklärt aber es gibt eine Menge Videos dazu auch auf meinem YouTube-Kanal oder auch im Podcast die pluralistische Ebene hat hohe Vorteile im Sinne von Gleichheit, Gleichberechtigung jeden verstehen wollen hat aber auch eine starke Abneigung zum Beispiel gegen klare Regeln und Hierarchien das heißt jetzt automatisch schwer mit dieser konformistischen Ebene die hat da zu viel Ablehnung drin jetzt mal sehr vereinfacht gesagt und dann braucht es eben auch auf dieser Ebene also wenn eine Führungskraft stark pluralistisch ist braucht es meistens eine braucht es mehr Klarheit in der Hinsicht dass eben Regeln und Normen und Hierarchien nichts sind was ich per se ablehnen kann als Führungskraft weil ohne diese Regeln und Normen und Hierarchien die meisten Organisationen überhaupt nicht funktionieren das heißt da braucht es eine Weiterentwicklung zur eher integrierenden Ebene und natürlich kann es dann auch dass das Team sich weiterentwickeln muss und da kann der Führungskraft natürlich Anregungen zu bieten vor allen Dingen durch jetzt sag ich es mal es interessant machen das Thema Entwicklungsebenen also wenn ich es schaffe neben meinem ich meine ich habe ja ein Day-to-Day-Business was ja nichts damit zu tun hat wer entwickelt sich wie und warum und wieso aber es gibt natürlich Möglichkeiten so ein Thema wie persönliche Entwicklung Team-Entwicklung was gibt es da für Voraussetzungen was gibt es da schon für Know-how das als Thema mal ins Team reinzubringen das machen dann viele in Team-Tagen mal außerhalb der normalen Arbeit und dann kann man schauen wer interessiert sich vom Team dafür und wo entsteht vielleicht ein Impuls sich selber persönlich damit weiter zu beschäftigen und damit eben auch sich weiterzuentwickeln und wenn das genug im Team machen dann hast du eben den Effekt dass das Team sich weiterentwickelt also man kann das anregen aber man kann das nicht wirklich jetzt massiv pushen weil jetzt sag ich mal vereinfacht Unternehmen ist keine Therapieform oder es ist auch keine Gruppentherapie sondern Unternehmen hat bestimmte Ziele und die Mitarbeiter werden eingestellt um diese Ziele zu erreichen und es ist für jeden Mitarbeiter aus meiner Sicht muss es völlig okay sein zu sagen hey Persönlichkeitsentwicklung interessiert mich einfach nicht ich bin hier als als Buchhalter eingestellt oder als whatever ich habe eine Aufgabe und die mache ich gut nach meinem Vertrag und das muss reichen und das muss eben auch reichen also dieses Thema innere Entwicklung gehört aus meiner Sicht auf Führungsebene da gehört es hin weil wenn ich mit Menschen arbeite dann ist sozusagen Persönlichkeitsentwicklung mein Handwerkszeug weil sonst kann ich nicht mit Menschen arbeiten also für Führungskräfte kann man das in den Arbeitsvertrag schreiben im Sinne von braucht es eine Offenheit für Feedback auch für persönliche Entwicklung und 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 aber für Mitarbeiter im Unternehmen muss es völlig okay sein zu sagen das interessiert mich überhaupt nicht und ich will auch kein Workshop für whatever gehen weil ich mache meinen Job gut also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit ja das Thema Entwicklung ist super wichtig und das kann ich als Führungskraft ein Stück weit fördern aber ich kann niemand dazu zwingen und das wäre auch gar nicht gut ihn zwingen zu wollen so ein bisschen ausführliche Antwort aber ich hoffe es hat vielleicht eine Idee gegeben Danke, viele Empulse dabei, danke gerne nachfragen war jetzt hier noch eine Hand oben erstmal nicht sonst gucke ich mal also wenn ich jetzt übersehen habe gerne einfach mal reinquatschen sonst gucke ich mal kurz in den Chat und Andrea, ja gerne ich habe die Frage auch in den Chat geschrieben also mir ist durch den Kopf gegangen wie verhält es sich mit dem Lebensalter also meine Tochter ist weisungsbefugt gegenüber Gleichaltrigen oder auch nur wenig Älteren und da entstehen natürlich Schwierigkeiten und die Geschäftsführung bringt da auch keine Klarheit rein siehst du da einen Lösungsansatz? Ja, da sehen wir halt wie viel das Thema unbewusste Projektionen da eine Rolle spielt weil per se natürlich hat Lebensalter eine gewisse Aussage über Persönlichkeitsentwicklung ja, also man kann jetzt natürlich grob sagen dass ein Zwölfjähriger ein anderes Weltbild hat als ein 32-Jähriger ja, aber ab einem gewissen Punkt kann man es eben nicht mehr mit dem Alter korrelieren also es gibt für mich sehr ich muss mich hier mal wieder größer schalten, sorry es gibt für mich 30-Jährige die haben einen sehr integralen Weltblick und können damit, also es ist auch authentisch damit und 60-Jährige, die halt in ihrer Egozentrik hängen und so, also da hat es dann keine wirkliche Korrelation mehr mit dem Alter tendenziell sind natürlich 60-Jährige eher in der Lage tendenziell einen weiteren Blick einzunehmen als 20- oder 30-Jährige ja, tendenziell, aber im Einzelfall muss man eben genau hingucken und es ist wie du sagst, wenn deine Tochter da eine Führungsrolle hat und es da immer wieder aufgrund dieser unbewussten Altersgeschichten sozusagen Stress gibt dann braucht es natürlich jemand, der sieht, dass man da mal eine Klärung reinbringen muss das heißt, man muss das Thema mal bewusst ansprechen das kann natürlich entweder deine Tochter machen, indem sie das mal selber bewusst mutig anspricht das ist natürlich auch schwierig, wenn da vielleicht eh schon Stress drin ist oder sonst braucht es natürlich eine, sag ich mal, höhere Ebene die sieht, da ist Stress und da braucht jemand als Führungskraft Unterstützung weil die ist ja dafür verantwortlich, diese Person als Führungskraft eingesetzt zu haben die wird ja auch ihre Gründe haben und dann muss sie eben auch dafür sorgen, wenn es dann Schwierigkeiten gibt dass man guckt, woran liegen die Schwierigkeiten kann man jetzt daran noch was ändern das klingt ja erstmal danach, dass man durch ein offenes Gespräch vermutlich da nochmal eine Klarheit reinbringen kann dass halt vielleicht deine Tochter die Kompetenzen natürlich hat da Führungskraft zu sein, auch wenn sie gleich alt ist so, aber das nicht drüber reden hält das Ganze in diesem unbewussten Stresslevel und das wird von selber nicht besser das ist immer das, was ich versuche rüberzubringen also oft hoffen Menschen dann ja, das wird ja irgendwann besser nee, das wird es nicht diese Konflikte eskalieren meistens im Untergrund ja, man redet umeinander man ist nicht mehr so wohlwollend bis hin, dass halt dann irgendwann auch naja, so gegen nicht mehr zusammenarbeiten dass dann die Kooperation schlechter wird und so weiter also kann ich nur anregen entweder dass deine Tochter das aktiv anspricht oder die hoffentlich drüber stehende Führungskraft das sieht ja kann man so stehen lassen danke danke dir Carmen Hallo Markus, hallo ich wollte nochmal fragen was für Gründe du angegeben hast warum es einer Führungskraft unangenehm sein kann anderen zu sagen, was sie zu tun haben da hast du einmal gesagt, dass sie sich nicht über andere erheben wollen und dann den zweiten Grund genau, der ist mir abhandengekommen ja ja, also naja, es hat mit schlechten Erfahrungen häufig zu tun wie behalte ich meine Zugehörigkeit das heißt, wenn ich Angst habe jemanden zu sagen hey, das ist deine Aufgabe mach das dass ich dann innerlich denke oh, die mag mich jetzt nicht mehr und im Grunde ist das der Ausdruck von ah, wenn ich so und so bin dann werde ich tendenziell ausgeschlossen ja, weil ich projiziere das ja häufig als Führungskraft dann nicht nur auf die eine Person sondern es ist einfach die Gruppe und dann entsteht Stress und das muss man halt als Führungskraft klarkriegen ich meine, das ist ja eben es ist ein Stück weit auch dein Job anderen zu sagen ich soll Arbeit organisieren und ermöglichen und da gehört Delegation auch dazu und gewisse Weisungen und wenn ich mich damit nicht wohlfühle dann wäre es gut zu gucken, warum nicht und kann ich das ändern und das kann man meistens, nicht immer, aber meistens kann man daran arbeiten ja Dankeschön ja, danke dir gut okay so, jetzt gucke ich nochmal jetzt haben manche gesagt, sie haben es im Chat geschrieben und dann auch schon hier beantwortet ich hoffe mal, dass manche schon beantwortet ist ich gehe es jetzt trotzdem mal durch von oben nach unten wie weiß ich, was meine Bedürfnisse sind ja, das ist eine, das ist meine Horrorfrage okay wirklich also meine zwei Horrorfragen sind was sind Bedürfnisse, das ist super schwer zu erklären Bedürfnisse muss man erfahren man muss erleben, spüren, was ist wirklich wichtig und was brauche ich wirklich zu leben das ist im Grunde die Definition von Bedürfnissen was brauche ich wirklich zum Leben so, das ist doch keine wirklich gute Antwort aber ich sage, das ist die Richtung und diese Frage muss jeder für sich beantworten ein Stück weit und spüren, was wirklich wichtig ist also so erfährt man Bedürfnisse und so sortiert man ist das, was ich gerade habe, haben will oder tue erfüllt das mein Bedürfnis oder nicht und dann kann ich mich fragen was ist da erfüllt in mir also wenn ich so einen Führungsjob übernehme was erfüllt sich denn in mir und was ist wirklich wichtig für mich das ist eine wichtige Frage aber es hilft, also da kann ich nur anregen das Thema Bedürfnisse einfach mal als, wie so als Arbeitsaufgabe sich zu nehmen, sich damit zu beschäftigen und da kann ich auch nur anregen in dem Online-Kurs, in dem kostenlosen das ist auch ein Thema, kriegt man noch ein paar Anregungen auch die Unterscheidung von Bedürfnissen von Werten und all das kann helfen da Klarheit rein zu bekommen und im Endeffekt muss man es innerlich sich erarbeiten und erleben da führt einfach kein Weg drum herum das ist was wie Autofahren lernen das kann ich auch nicht erklären oder ein Buch, das muss ich machen und danach kann ich es manche brauchen länger, manche schaffen es schneller sage ich jetzt mal nächste Frage ich habe mich schon häufiger gefragt ob Einflussnahme Macht oder auch Gestaltungswille ein Bedürfnis ist das ist ja die Frage also im Grunde verkürzt die Frage ist Macht ein Bedürfnis oder Gestaltungswille wie man das jetzt auch immer bezeichnen möchte würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung aber sagen ja also Macht brauchen wir um zu überleben also man kann sich schon mal andersrum fragen stellt euch vor das Bedürfnis gäbe es nicht das hieße ja komplette Machtlosigkeit das ist quasi die Definition von Tod also selbst Neugeborene jetzt kann man sagen die haben keine Macht ja das sagen nur Leute die noch keine Neugeborenen hatten die Hunger haben die haben eine enorme Macht die Erwachsenen dazu zu bringen sie zu füttern ja einfach evolutorisch so gelernt die schreien und wir haben eben den Mechanismus als Eltern vor allem Mütter haben das natürlich sehr stark das kann man nicht abschalten schreiende Babys sind ein Warnsignal für Eltern und dann tun die alles um die Babys zu zu beruhigen und wenn sie Futter brauchen gibt es Futter also haben schon Babys haben dieses Bedürfnis in sich brauchen wir wir brauchen es um zu überleben deswegen sagen es ist ein Bedürfnis ja gut die Frage habe ich schon beantwortet ich gucke einfach die Fragen durch ja hier ist die Frage nach dem was ich gesagt habe Wertekonzepte mit Wertekonzepten meine ich innere und meist unbewusste Weltbilder wie die Welt eben richtig und gut ist und wie sie zu sein hat das heißt das ist auch wieder also das kann man vereinfacht auch mit diesem Modell hier beschreiben was ich verwende also das sind auch alles Wertekonzepte also jede dieser Ebenen hat ein eigenes Wertebild was eben richtig was gut ist wie die Welt funktioniert wie der Mensch ist ja und das ist für mich ein bisschen parallel zu dem Bereich Bedürfnisse jetzt wird es ein bisschen arg spezifisch da bräuchte ich mal ein bisschen mehr Zeit über Bedürfnisse und Werte was zu erzählen wo der Unterschied ist und warum kann ich gerne mal später machen nur jetzt mal sehr verkürzt Bedürfnisse sind was was ich als Mensch mein Organismus hat Bedürfnisse weil er einfach leben will und sich entwickeln will und Werte sind aus meiner Sicht etwas was in Gruppen entsteht also was Gruppen definiert auch eine Gruppe ist definiert über die Werte die sie hat unbewusst meistens da wird selten bewusst darüber geredet und das heißt eben Werte ist sozusagen Gruppenphänomen was in Gruppen entsteht und natürlich übernehme ich diese Werte als Einzelner und dann kann ich sagen sie sind meine Werte das bedeutet aber eigentlich nur ich habe diese Werte weil ich sie für meine Zugehörigkeit brauche wenn ich völlig andere hätte wäre ich aus dieser Gruppe rausgefallen oder aus dieser Gesellschaft und dann muss ich dann hin weil wir sind soziale Wesen völlig isoliert können wir im Grunde nicht überleben also zumindest psychisch nicht seelisch nicht ihr könnt eine Weile als Eremit die 30 Jahre lang in einer Höhle leben das machen die aber nur weil die sich auf Werteebene einem Wertekonstrukt zugehört sehen die das eben als wertvoll ansehen 30 Jahre in einer Höhle zu leben ja das gehört das ist eine spirituelle Entwicklungsgruppe sozusagen das ist gut wenn du das machst so also auch das ist sozusagen ein Wert aus meiner Sicht in einer Gesellschaft entsteht weil auch die Eremiten in ihrer Höhle werden eben dann durch die Gruppe versorgt die kriegen Essen durch Menschen die dann was spenden also das sehr verkürzt und wenn das mehr Interesse hat kann ich da gerne mal gucken nochmal einen eigenen Vortrag zu machen so ich guck die Fragen nochmal durch die von Andrea habe ich auch schon beantwortet hier ist die Frage von Claudia kann es auch vorkommen dass sich Menschen auf den Entwicklungsebenen nicht aufwärts sondern abwärts bewegen von rational zu konformistisch ja das kommt vor also das nennen wir Regression Regression ist eine normale Entwicklung wenn wir im Stress sind oder wenn unsere Ressourcen zur Neige gehen oder im Konflikt zum Beispiel sind ja also jetzt mal vereinfacht gesagt haben Erwachsene einen gewissen Schwerpunkt der Entwicklung also wir sind eben also ich würde sagen ich bin eher sehr stark rational pluralistisch von meinem auch emotionalen Schwerpunkt her ja da bin ich da ticke ich sozusagen und im Konflikt rutsche ich halt mal ganz gern zwei, drei Stufen runter ja kämpfe um mein Überleben oder um mein Ego so das ist also eine temporäre Regression ist ganz normal der wichtige Entwicklungsschritt ist das rechtzeitig zu merken sozusagen also da bewusster zu werden wann ich es tue und mit ein bisschen Übung schafft man es immer schneller dauert nur noch Wochen bei mir ne Scherz aber es dauert immer noch ein bisschen so und Regression kann eben auch eine Reaktion sein auf auf einen geschwächten Organismus deswegen im Alter haben wir oft das Phänomen dass wir gewisse Regression haben werden wir wieder kleine Kinder ja also mehr dieses Egozentrische weniger Offenheit für die Umwelt weniger Empathie auch für die Umwelt das ist nicht immer so bei alten Menschen aber wenn halt gewisse Energien zurückgehen ist das so und in letzter Konsequenz auf eine Art regredieren wir natürlich alle wenn es zum Tod geht weil dann werden wir wieder sehr körperlich sehr auf uns bezogen um dann auch gehen zu können also ist sozusagen eine natürliche Entwicklung dass sich der Schwerpunkt zurückentwickelt jetzt von der Entwicklung als Erwachsener also dass ich sozusagen sage ja ich war jetzt mal pluralistisch und entwickle mich zu einem knallharten Konformisten das ist selten ich will nicht sagen dass das nicht vorkommt die Forschung da gibt es viel Forschung drüber die sagt dass die Richtung eigentlich eher ist über die Jahre von konformistisch rational pluralistisch also wir entwickeln uns als Erwachsene wenn wir uns weiterentwickeln der Durchschnitt nach oben oder wir bleiben stehen das ist natürlich auch häufig der Fall wir bleiben auf unserer Entwicklungsebene das ist eigentlich auch der Normalfall dass wir uns dauerhaft zurückentwickeln hängt natürlich viel an den Umständen denke ich also wenn die Umwelt hart wird kann es natürlich sein aber das heißt dann nicht dass wir uns wirklich gerne dahin wir sind da nicht gerne sondern wir merken eigentlich es liegt an der Umwelt und wir wollen eigentlich wieder auf eine andere Entwicklungsebene aber ich will nicht ausschließen dass das auch dauerhaft passiert weil es ist eine sehr komplexe Geschichte ja gut okay so langsam würde ich es gerne mal rund kriegen wir haben auch schon über eine Stunde ich will euch eigentlich länger hier festhalten ich gehe die Fragen nochmal in Ruhe durch das sind jetzt mehr geworden als ich dachte und gucke dass ich die in der einen oder anderen Form dann vielleicht beim nächsten Workshop hier mal drauf eingehe und bearbeite also die will ich nicht untergehen lassen da gibt es also dann nochmal ein Input hier und da die ja aufgezeichnet sind habt ihr dann noch in der einen oder anderen Form die Antwort denke ich gut dann würde ich mal vorschlagen ich lasse es da ah da ist noch eine Frage sorry jetzt habe ich übersehen sorry jetzt wollte ich dich eigentlich nicht noch länger hier festhalten Hallo Markus vielen vielen Dank du ich will euch ich will ja hi es ist erstmal nett dich zu sehen wir haben uns lange nicht gesehen genau wirklich schon lange hier Seminar bei uns genau ja die Frage wäre so ein bisschen anknüpfend an das was du eben erklärt hast das hat mich so drauf gebracht mit der Regression wenn man das jetzt mal nicht als Individuum sondern als Team anschaut oder eben als Organisation würdest du sagen die Tatsache dass wir plötzlich wieder sehr viel mehr konformistisch unterwegs sind wäre eigentlich fast ein guter Marker dafür zu sagen das Stresslevel ist zu hoch oder wir haben einfach viel zu viel Druck zu wenig Ressourcen und deswegen kommen wir immer mehr wieder auf könnte man schon so fast als glaube ich danke die Umwelt ist ein extremer Einfluss natürlich also wenn du jetzt auch die gesellschaftliche Entwicklung so ein bisschen anschaust hat es für mich zwei Sachen zum einen ist einfach durch die jetzt ganzen Krisen die wir gerade haben und die mediale Präsentation aus meiner Sicht eine Interpretation ist es wurde einfach offensichtlicher wie viel Konformismus zum Beispiel in der Gesellschaft noch ist das hast du früher einfach nicht so mitgekriegt und das andere ist was genau was du sagst durch zunehmenden Druck da rutschen wir ein Stück weit zurück in Konformismus oder auch in Egozentrik ja und sind halt sagen nur noch ja guck nur noch nach mir also da macht die Umwelt natürlich enorm was aus klar aber es ist eben nichts wo wir uns wirklich wohl fühlen aber muss man halt dann das halten wir dann praktisch aus ja also da bin ich sehr es könnte vielleicht eine Idee sein das so für ein Team mal transparent zu machen also wirklich das ich finde es total schön deine Karte zu zeigen warum geht es uns denn miteinander gerade schlecht was steckt denn da dahinter und das auch aber mit der Bewusstheit kann man es vielleicht wieder den Trend wieder umdrehen in der Erziehungsrichtung vielleicht den Trend oder auch zumindest zu sehen hier der Stress kommt eigentlich mehr von außen und wir arbeiten ihn teilweise intern aus weil wir halt alle nicht da sind wo wir sein wollen sag ich jetzt mal und dann nimmt man das Persönliche wieder raus ja dann muss man nicht mehr die Themen persönlich nehmen wenn Stress da ist dann hat man natürlich auch schnell interpersonellen Stress wenn man aber merkt hey das hat sehr viel mehr damit zu tun dass die Umwelt gerade hier Stresssituationen uns bringt und jeder tut sozusagen das Beste um damit umzugehen dann finde ich kann das das kann ein sehr sehr hilfreicher Schritt sein dass man eben das wegnimmt vom Team diesen Stress und das nicht so auf eine persönliche Ebene zu bringen ja da bin ich sehr bei dir vielen Dank für deine Frage und alles Gute Elke es ist ja schön dass du dabei warst gut jetzt habe ich hoffentlich niemand mehr übersehen dann genau einige sind jetzt auch schon wieder natürlich zurück hier arbeitsmäßig dann jetzt sage ich mal herzlichen Dank an euch und sie alle fürs dabei sein und freue mich wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Workshop vielen Dank für die tolle Beteiligung waren viel mehr als ich dachte und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und eine gute ja sorgt gut für euch sage ich mal passt auf euch auf bis zum nächsten Mal alles Gute Ciao 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 Danke Ciao Markus Ciao 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 Danke Ich danke euch Danke dir Ciao 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 so jetzt machen wir hier